liebe freunde herzlich willkommen bei fast cooker ich bin dennis und ich hoffe ihr genießt eure feiertage seid ihr noch auf der suche nach einen ganz schnellen kuchen passend zur weihnachtszeit passend für den winter mit lebkuchengewürz mit weißer schokolade mit marzipan und das komplett easy und einfach dann bleibt dran und schaut zu ich freue mich auf euch heute gibt es nicht viel gequassel ich halte mich zurück so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Liebe Freunde, das soll es wieder gewesen sein. Probiert den Kuchen mal aus. Der ist wirklich einfach und lecker. Der ist innen drin richtig schön saftig und weich und hält sich auch ein paar Tage. Und alle Zutaten findet ihr natürlich in jedem Supermarkt. Geht in die Backabteilung, da findet ihr alles easy, bequem und günstig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein paar schöne Feiertage. Einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert bitte meinen Kanal. Betätigt die Glocke, damit verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Dann macht's gut, euer Dennis und genießt den Kuchen. Glocke, damit verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Glocke, damit verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Vielen Dank.